Moin moin Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einem weiteren Hand Showdown Video. Diesmal geht es um Hacker, Cheater, um Arschlöcher, die uns den Spaß am Spiel verderben wollen. Da Hand Showdown ja das Spiel ist, was ich eigentlich so am meisten spiele oder bisher am meisten gespielt habe, denke ich, ich kenne mich recht gut aus in dem Spiel. Von daher bin ich mir in diesen drei Fällen, die ich euch gleich vorstellen werde, zum 99,9% sicher, dass diese Typen mich über den Tisch ziehen wollten. So, nun schauen wir uns den ersten Fall an. So, schauen wir uns die Szene nochmal genauer an. Ich finde es gut, dass es genau vorher diese Szene gab. Achtet mal auf die Details. Also hier war ganz klar, seinen Kopf zu sehen zwar nicht komplett, aber man hat den Hut gesehen und man konnte ahnen oder man konnte sich vorstellen, dass sein Kopf nicht weit davon entfernt ist. Auch die Distanz, also der Abstand zum Gegner waren höchstens 10, 12 Meter maximal. Dann wollen wir mal sehen, wie es weiter ging. Ey, wer war das? Oh, der, hä? Der hat durchs Holz durchgeschossen einfach, Alter. Schauen wir uns den Abschuss oder besser gesagt das Bild der Todesnachricht nochmal genauer an. Hier seht ihr ganz deutlich die Distanz von 38 Metern und der Schuss durchs Holz. Ihr habt vorher gesehen, der Typ stand direkt vor dem Holz. Er muss praktisch durchs Holz auf mich geäumt haben. Unmöglich. Lass mich verarschen. Die dumme Sau. Och, noch Kopfschuss, Alter. Na klar, wenn es weiter nichts ist. Ey, das kann nicht sein. Wichse, der. Ey, der war doch ein Board oder auch so ein Scheiß. Das kann doch nicht sein, durchs Holz. Ja, das hat mir ja schon passiert. Durch die Wand haben wir noch schön auf das Kopfschuss, aber Kopfschuss. Ja, habe ich auch schon hingekriegt. Da habe ich den aber gesehen, wie er hinter dem Holzzaun, direkt, er war hinter dem Holzzaun. Sein Kopf konnte nur dort sein. Aber auf die Entfernung, durch ist durchs Holz, Alter. Wie geht das? Wo soll er den Kopf haben und wir? Mit einer Pistole. Kommen wir nun zu Fall Nummer 2. Auch ein Spezialagent. Und ich sage euch gleich von weg, sowas macht niemand, was dieser Typ gemacht hat. Und niemand konnte wissen, dass ich dort sitze. Der Boss war gelegt, wir waren guter Dinge. Ich saß extra auf einem Tisch, damit mich eventuell niemand von unten durch den Fußboden erschießen kann. Der Boss war noch nicht verbannt komplett. Wir hatten unsere Trophäen also noch nicht abgeholt. Wir leuchteten also noch nicht wie die Dannenbäume. Na schön. Habt ihr es gesehen? Ich nicht damals. Im Nachhinein, als ich mir das Video angeschaut habe, habe ich es gesehen. Aber man muss schon sehr genau hinschauen. Aber ich bin ja fair und zeige es euch nochmal. Passt auf. Wenn ihr euch das Video nochmal anschaut in Originalgeschwindigkeit, dann werdet ihr sehen, wie zielsicher er um die Ecke kommt und sofort schießt. Das spricht dafür, dass er gewusst hat, dass ich genau dort sitze. Ein zweiter Fakt ist, dass niemand, ohne zu wissen, dass da draußen noch andere Jäger sind, dort auf dieses Dach klettert. Wir werden gleich sehen, wo er gestanden hat. Tötungsansicht. Ah, ey, der hat auf dem Dach gestanden. Alter, du willst mich doch verarschen. Das kann doch nicht sein jetzt, oder? Und ich habe die ganze Zeit in die Ecke geguckt und der stand da oben. Wie kommt man auf so eine Idee, dass man sich da oben hinstellt? Das geht doch ja nicht. Man muss doch wissen, dass ich dort stehe. Ja, den Wichser melde ich jetzt. Das, nee. Aber dass der wusste, dass ich genau dort sitze, Alter. Das macht keiner, dass sich da oben hinstellen. Warum? Vor allen Dingen, jeder sieht dich. Ja. Was Manu gesagt hat, trifft es genau auf den Punkt. Stehst du da oben auf dem Dach, bist du für alle Jäger, die dort in der Nähe sind, sichtbar. Und du kannst nicht davon ausgehen, dass du der einzige Jäger bist, der zum Abschlussort des Bosses rennt. Kommen wir nun zum dritten und letzten Fall. Was? Oh. Ah. Das macht er. Das macht das. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, bei ihm muss ich zugeben, dass ich da mir nicht zu 99,9% sicher bin. Es kann einfach nur Glück gewesen sein. Verdächtig war nur, dass er genau wusste, wo ich war. Ich war noch nicht hinter dem Haus vorgekommen. Da rannte er schon in meine Richtung. Und schoss mit dieser Schrotbolzenarmbrust direkt vor meine Füße. Es kann sein, dass er eventuell den Lauf des Gewehres um die Ecke hat blitzen sehen. Wie gesagt, bei ihm bin ich mir nicht sicher. Was vielleicht auch noch dafür spricht, dass er wusste, welcher Jäger wo steckt. Dass er sich sehr offen am Fenster bewegt hat. Was mit Jägern passiert, die so freizügig und offen am Fenster stehen. Werde ich euch gleich zeigen. So, ansonsten war es das soweit. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare eure Meinung zu dem Thema. Würde mich interessieren, um mich eventuell zu verbessern. Okay, ich danke euch. Wie immer, bis dann. Ciao.